Wenn wir durch Insta scrollen, so das eine Bild, das uns erfüllt, das eine Kurzvideo, das uns richtig den Kick gibt und unseren Tag so richtig flasht, das ist unser Wunsch. Wir sind auf der Suche nach etwas, nach Glück eigentlich. Und Gott sagt, wir können glücklich sein. Glücklich sind nämlich diejenigen, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Denn das ist das erste und wichtigste, was Gott uns in unserem Leben mitgegeben hat, an dem wir uns zu orientieren haben. Wo Gott sagt, schlag die Bibel auf. Es gibt nur einen Erlöser, Jesus Christus, keinen sonst. Und an den müssen wir glauben. Wie ist es bei dir? Fehlt dir da eventuell der Glaube, das Vertrauen, dass Gottes Wort an sich wirksam ist? Das ist die nächste Seite, das ist nicht sanctified. Was ist das, was ich wirksam ist? Ich weiß nicht, wie ich sie auch an sich machen lassen. So das ist das, was wirksam ist. Hier ist das, was ich mir auch an sichern.